Einen wunderschönen guten Abend meine lieben Leute, ich habe auf Drängen von euch den GrandRP-Server auf seine RP-Tauglichkeit getestet und was mir dabei aufgefallen ist, wird den ein oder anderen von euch definitiv überraschen. Kleiner Hinweis schon mal, die öffentlichen, oder nicht alle öffentlichen Einrichtungen, sind nicht ganz so gut dabei weggekommen, wohingegen aber die schießmütigen Gangs, Zivilisten und was weiß ich wer noch alles, mich überrascht haben, sehr überrascht. Ganz besonderen Gruß geht hier natürlich an den Regierungsmitarbeiter Nico Saul, guter Mann, geiles RP, war mega gut, hat richtig Spaß gemacht und an alle anderen, die teilgenommen haben, auch, ne, unbekannterweise und ihr wisst Bescheid, ich streame auf Twitch, kommt vorbei, mega lustig, bla 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 Außerdem liken, teilen, kommentieren, ne, und wenn, zeigt es euren Freunden und wenn nicht, dann nicht und ich sag's mal ganz ehrlich, das war ein fucking One-Take. Das, guck mal, das ist doch ne gute Animation, um Fenster oben sauber zu machen, oder nicht? Dann wechseln wir nämlich von, warte mal, das mach ich jetzt grad mal. Komm, jetzt hier, winken mit den Armen. Dann machen wir nämlich erst so, guck mal, machen wir erst so. Zack, 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 die Fenster werden oben geputzt und dann werden die Fenster noch unten geputzt. Ja, sehr gut, und dann machen wir, ciao, wir sind fertig. Hä? Hä? Also, mein Plan ist es heute, weil viele, viele Leute sich darüber beschweren, dass, was heißt viele, viele Leute, stimmt nicht. Es gibt ein paar Leute, die unter meinen YouTube-Videos immer wieder sagen, dass Grand RP kein RP hat. Was bedeutet, dass ich mir dachte, okay, ich überlege mir jetzt eine Situation, eine RP-Situation und teste damit die Leute. Angefangen, also die Situation fängt an, ich fahre raus nach Sandy Schorst ins Krankenhaus und werde da fragen, ob die einen Fensterputzer heute brauchen, weil ihre Fenster dreckig sind. Ganz normale RP-Situation. Ich bin Fensterputzer. Ah, okay, alles klar, ja, dann mach ich doch das, dann sehen wir uns später, ne? Alles klar, mein Gott, also machen wir das. Entschuldigung, Monsieur. Ja, bitte. Ich habe nur eine ganz kurze Frage und zwar, Sie haben ein wunderschönes Auto, also der Helm-Auto, Entschuldigung. Sie haben ein wunderschönes Auto, wie sieht es denn aus? Ich würde das Auto einmal kostenlos für Sie reinigen, wäre das für Sie in Ordnung? Kostenlos reinigen? Ja, wirklich, keine, keine, bitte? Warum? Naja, damit dieses wunderschöne Auto noch schöner ist einfach. Einfach mit dem Schwamm würde ich einfach mal die Scheiben sauber machen. Dauert nur ganz kurz, ich bin ganz schnell. So, sehen Sie mal hier neben die Scheibe auch den Spiegel, das muss ja sauber sein, dass das alles funktioniert hier, ne? So, hier hinten auch noch ein bisschen. Heckscheibe auch, damit Sie durchgucken können. Ich lasse den mal waschen, ich gebe meinen Kopf, Mann. Ach nee, mach mal, viel Spaß, ne? So, dann die Seite hier noch. Müssen wir ein bisschen rumgehen, ich möchte das Auto nicht kaputt machen, ich mache gerade mal die Türe zu, bitte schön, der Herr. Vorne auch noch. So, wir gehen vorne noch mal drüber, das gehört alles zum Service dazu. So. Der Herr, bitte schön, wenn Sie wollen, können Sie mir jetzt natürlich noch Trinkgeld geben, wenn nicht, dann ist auch in Ordnung, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Komm, wir sind laut. Ja, aber du kriegst du erst. Ja, wie Sie, wie ganz, das liegt ganz bei Ihnen, wie Sie möchten, das muss auch echt nicht viel sein. Geht doch, funktioniert. Hast du ja gut gemacht. Der Herr, ich bin, ich bin Ihnen unendlich dankbar, das hätten Sie nicht machen müssen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ja, ja, auch mal gut. Gute Fahrt, fahren Sie sicher, machen Sie es gut. Gleichfalls, mach's gut. Approve the fucking motherfuckers haters. Das ist es möglich, zu do fucking RP. Fucking. Noch noch? Entschuldigen Sie? Ja, hallo, hallo. Was genau machen Sie? Ich hab eben gerade Ihrem Kollegen schon erklärt, dass ich mich angeboten habe, also mein Name ist Konstantin Schlitzer, ich bin von der Gebäudereinigung Schlitzer und ich mach Autos und Fenster sauber. Und jetzt hatte ich nachgefragt bei Ihrem Kollegen, ob es möglich wäre, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen. Und der Kollege sagte mir, wenn ich mich gut anstellen würde bei der Reinigung des Autos von dem Vorgesetzten, das wäre hier dieser Mercedes, dann hätte er eventuell einen Job für mich. Wir können ja mal nachfragen, Herr Wolf. Herr Fall. Jetzt bin ich gespannt. Jenna, hallo. Das ist der Schlitzer. Der Schlitzer möchte gerne Gebäudereinigung und Fahrzeugreinigung durchführen. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Genau, ja, der Kollege hat Ihnen das ja schon so ein bisschen umrissen, was hier meine Tätigkeit gerade ist und ich wollte nachfragen, ob Sie hier in Ihrer Einrichtung eventuell eine Fensterreinigung benötigen. Autos mache ich auch. Gleicher Preis, gleich bessere Qualität. Dumm. Also wenn ich mir die Karriere angucke, Sie haben da gerade bestimmt mindestens eine Minute geschrubbt, dann ist Ihre Arbeit sehr schlecht. Ja, ja. Servus. Guten Tag, der Herr. Mein Name ist Konstantin Schlitzer. Ich arbeite bei der Gebäudereinigung Schlitzer und wollte fragen, ob Sie eine Gebäudereinigung benötigen. Ich würde das mal ganz kurz durchfucken. Kein Problem, ja. Jetzt fragt, jetzt funkt der, jetzt funkt der Typ, der, jetzt hätte ich fast nur Vize gesagt, aber der Einsteiger, der da vorne Wache machen muss, fragt jetzt nach, ob die eine Gebäudereinigung brauchen. Und jetzt bin ich gespannt, was sein Chef gesagt hat. Wir warten kurz im Moment, wenn jemand kommt, dann haben Sie Glück. Ja? Ähm. Dann sind das real alle bei einem Einsatz. Hallo, der Herr. Äh, ja, also meine Frage wäre noch, ob ich die Fenster reinigen soll bei Ihnen, ja oder nein? Der Kollege. Also ein paar Flecken sind ja drauf. Ja. Was würde denn das kosten? Überhaupt nicht viel, ähm, die, pro Fenster nehme ich 250 Dollar. Einigen? Sehe ich das richtig? Äh, wenn ich davon, äh, innen dran komme, ich habe eine Leiter, habe ich jetzt leider keine dabei. Sie sind nicht dabei. Genau, also eine Leiter jetzt, jetzt nicht, aber, äh, alles, was ich, was ich so, äh, erreichen kann, würde ich auch natürlich sauber machen. Mhm. Ähm. Dann fangen Sie doch einfach an. Ja, Sie können sich auch gerne einmal erst meine Arbeit angucken, das würde ich natürlich auch kostenlos machen. Und dann können Sie sagen, ob das in Ordnung ist, ja? Dann machen wir das so. Ja, dann würde ich einfach hier vorne links in dem Flügel anfangen. Ja. Äh, soll ich das auch von außen erst machen oder soll ich das von innen erst machen? Das überlasse ich auch ganz. Machen Sie das erst mal von außen, dann gucke ich mir das mal an. Alles klar. Kommen Sie gerade mit oder bleiben Sie hier? Wieso denn? Ich frage einfach mal drinnen nach. So, genau. Ist das in Ordnung für Sie? Das ist ja wieder Blitzblank von außen. Ja? Das freut mich, wenn Ihnen die Arbeit gefällt. Kann ich gerade verstehen. Ich möchte mal vielleicht einen Hustenbonbon. So, äh, Entschuldigung. Geht's jetzt? Ja. Sehr gut. Jetzt geht's wieder. Genau, äh, ja, das wäre so die Arbeit, die ich Ihnen anbieten könnte, wenn Sie möchten. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ah, ich küssere nicht. Wollen Sie dann, äh, wollen wir vielleicht eine Fixsumme machen für alle Fenster? Äh, das überlasse ich ganz Ihnen. Wie viele Fenster haben Sie denn hier? Danke. So. Ja, Herr Schlitzer, ich danke Ihnen für Ihre gute Arbeit. Sehr gerne, immer wieder gerne. Ich hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Arbeit so gut gemacht wird hier. Ja, also wenn schon, ne? Ich meine, warum nicht, ne? Es muss ja auch gemacht werden. Ja, dafür, dass es Ihr erst Auftrag war. Ich bin vollkommen von Ihnen überzeugt, Herr Schlitzer. Das freut mich sehr. Können Sie mir vielleicht Ihre Nummer geben? Ja, natürlich. Falls ich nochmal einen Fensterreiniger brauche. Ja, natürlich. Da haben Sie den, äh, Zettel mit meiner Nummer. Top, oder? Äh, ich hab ne kurze Frage. Und zwar, könnte Ihre Auto vielleicht eine, äh, Reinigung gebrauchen? Oder ne Reparatur? Alles klar. Die Jungs schon mal nicht. Aber sie waren nett. Ja. So, ich versuche einfach heute wirklich das Ding hier hinzukriegen. Bisschen RP zu machen. Hallo, der Herr. Kurze Frage. Ähm, ich mach die Autos hier sauber. Ich bin Angestellter bei der Tankstelle. Braucht Ihr Auto vielleicht, äh, eine kleine Säuberung? Gegen ein kleines Trinkgeld? Ja? Sehr gut. Ich bin auch ganz vorsichtig mit dem schönen Auto, ja? Ich fahre nochmal so ein bisschen an. Und neben die Seitenspiegel auch. Damit Sie auch hier gut durchgucken. Ist auch ein gutes Stück hier. Sehr teuer gewesen, bestimmt, oder? Ja? Naja, das ist ja schon ein bisschen was. Da muss ich viele Autos für sauber machen. Ja, hier neben auf der Seite auch. Da müssen wir sowas sehen. Heckscheiben mache ich auch nochmal sauber. Ja. Ja, und vorne noch. Muss natürlich auch. Lichter noch. Auch noch. Und die Heckscheibe, die habe ich, glaube ich, die Frontscheibe habe ich vergessen, glaube ich. So, der Herr. Ich hoffe, das gefällt Ihnen. Wenn Sie irgendwas auszusetzen haben, dann sagen Sie es mir bitte, ja? Ja. Oh, what? Vielen Dank. Krass. Vielen, vielen Dank, der Herr. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Gute Fahrt. Danke auch. Äh, kurze Frage. Und zwar, soll ich Ihr Auto sauber machen? Für ein kleines Trinkgeld? Haben Sie da Interesse? Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen schönen Abend. Gute Fahrt, ja? Ciao. Also, die Leute sind äh, die Leute sind tatsächlich wesentlich, äh, ähm, freundlicher, als man tatsächlich denkt hier so auf der Insel. Strubi, ich möchte mich mit dir darüber jetzt echt nicht unterhalten. Ich bin einfach abgefuckt. Du weißt hoffentlich selbst, warum. Ansonsten denk drüber nach. Ich muss dir das jetzt echt nicht erklären. Wenn du das selbst nicht weißt, warum ich mad bin, so, dann tut es mir wirklich leid. Aber vorgestern war für ein Arsch und heute auch einfach. Dass du mich jetzt schon wieder geboxt hast, ey, wirklich. Warum? Das bringt dir gar nichts, ey. So, keine Ahnung. Vielleicht musst du dich einfach ein bisschen abkühlen. Du bist aus der Familie ausgetreten. Ich weiß nicht, was gerade bei dir los ist. Aber irgendwie hast du gerade ein Aggressionsproblem und da habe ich keinen Bock drauf. So, überleg dir das, ob du das weiter so machen möchtest. Wenn du das weiter so machen möchtest, dann ist das so. Aber dann brauchst du das nicht bei mir zu machen. Da habe ich echt keine Lust drauf. Ab und zu im Spaß, ja, okay. Aber ey, wirklich nicht die ganze Zeit durchgehend. Gar kein Bock. Hallo, die Herrschaften. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, soll ich ihre Fensterscheiben sauber machen für ein kleines Trinkgeld? Ich bin hier Angestellter bei der Tankstelle. Ich verarsche. Bitte? Ja, Digga. Was denn? Das ist eine ganz normale Frage. Das ist eine ganz normale Frage. Ich muss ausziehen. Ja, ich muss ausziehen. Warum? Das ist ein... Nee, 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 Jungs. Kunde ist König. Ja, ja, aber sowas mache ich nicht. Ich bin ganz... Also, dafür werde ich auch nicht bezahlt, ey. Also, Sir, wenn Sie das hier nicht nackig machen... Wir bezahlen Sie dafür, ne? Bezahlen Sie dafür. Naja, das möchte ich nicht. Ich bin schon... Ich bin ein ganz normaler Bürger. Das möchte ich nicht machen. Also... Wenn wir jetzt die Ballers werden, wenn Sie jetzt... Ja, dann... Keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin auch nur ein armes Würstchen, der versucht, ein bisschen Geld zu machen. Einfach. Arbeiten gehen, Bruder! Ja, mache ich ja. Komm mal her. Komm. Ich werde jetzt nicht von den Medics hochgenommen, oder? Ja? Alles. Das ist sehr nett. Soll ich jetzt die Auto noch sauber machen, oder nicht? Nee, brauchst du nicht. Was hast du ihm gegeben? Was hast du ihm gegeben? 1.400... Heute mal großzügig. Normalerweise schnurre ich immer. Bitte? Normalerweise bin ich professioneller Schnurrer auf der... Geld gegeben. Okay, ja, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, die Herren. Ja, kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch... Ja, sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank für die Freundlichkeit. Wenn ich sage, Sie sollen in den Nacken machen, machen Sie das. Weiß ich noch nicht. Wir hätten auch dafür gezahlt. Ja, ich weiß, aber Sie wissen es doch... Würden Sie das machen? Also, ich möchte es einfach nicht. Kommt drauf an. Geld mache ich alles. Ja, okay. Nur der Preis spielt dann die Rolle, meinen Sie? Genau. Ja, okay. Das ist immer eine Frage des Geldes. Okay, dann machen wir es so. Wenn Sie bis Sie das nächste Mal kommen, dann überlege ich mir einen Preis, ja, für wie viel ich das machen würde. Alles klar. Schönen Abend. Machen Sie es. Wir sehen uns dann nie wieder, ne? Ja, genau. Tschüss. Hallo? Hallo. Äh, kurze Frage. Ich repariere Autos und reinige sie auch. Haben Sie Interesse daran, für ein kleines Trinkgeld natürlich? Ne, danke. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ja? Vielen Dank. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Ähm, warten Sie kurz. Ja. Ähm, sind Sie an einer Familie interessiert? Äh, nein, vielen Dank, der Herr. Ich versuche, mein Geld legal zu machen. 41.569 oder 600, ne, 469. Warum? Ich habe eine kurze Frage, und zwar, ich bin hier Angestellter bei der Tankstelle und reinige die Autos gegen kleines Trinkgeld. Haben Sie Interesse, Ihr schönes Auto mal ein bisschen blitzen zu lassen von mir? Ja, klar. Ja? Alles klar. So. Bitteschön, der Herr. Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, alles best. Sehr gut. Freut mich, freut mich. Das SHP muss noch viel lernen, würde ich mal sagen. Die Medics sollten da auch ein bisschen anders reagieren. Ich finde, alle Civis, die ich gefragt habe, haben es wunderbar gemacht. Waren sehr freundlich durchgehend. Ich habe noch viel mehr Leute befragt. Im Stream seht ihr mehr. Schaut also mal vorbei. Ansonsten sage ich Ihnen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.